Haben Sie einen schlechten Tag? Dieser Verruchte mit der Tasche voll Waffen verlässt jetzt Hollywood in westlicher Richtung. Was hat ein Weißer in Schlips und Kragen im Gebiet der Banden zu suchen? Ich will nach Hause. Meine kleine Tochter hat Geburtstag. Du hast deine Tasche vergessen! Hey, Warne! Warne versehen! Ich bin aus Versehen an den Abzug gekommen! Der ist hochsensibel! Alles okay! Danke!